Harzwandernadel, Stempelstelle 187, Lauenburg. Wir haben ein Stempelheft und da kommen jetzt immer die Stempel rein. Wir gehen jetzt zur Hauptburg. Ja, der Baum ist hier ruhig darüber gewachsen, die Mauer. Naja, allzu viel ist ja nicht übrig. Das sind halt nur noch ein paar Reste. Teilweise ist sogar neu nachgemauert. So, jetzt gehen wir zur Vorburg. Kann man ja das Video anhalten, wenn man das genau lesen möchte. Heute bin ich bei der Calciumquelle in Stecklenberg. Und das liegt auf dem Weg zu einem Harzer Wandernadelpunkt. Und weil es hier auch schön ist, habe ich jetzt gleich nochmal ein kleines Video gemacht. Das ist hier die Quelle. Diese Quelle möge unseren Gästen erquicken, Gesundungen bringen in unserem geeinten Vaterland. Und da steht irgendwas 1953. Das liegt halt hier mitten im Wald. Der Parkplatz ist aber nur fünf Minuten entfernt. Da kann man auch mit dem Kinderwagen hin oder wenn jemand schlecht laufen kann. Mit dem Rollstuhl geht es schon. Das ist total für die Mauer. Das gilt für die Mauer. Das ist total für die Mauer. Vielen Dank.